Hallo, da bin ich wieder, MK3, mit meinem Assault. Ja, weil er es nämlich auch bald geschafft hat, mit seiner maximalen Erfahrung. Ich wollte eben eigentlich auf eine andere Karte gehen, damit ich mich in einem Spiel direkt auf... Ne? Genug XP komme, damit ich direkt das neue Teil da freischalte, aber nope. Das Spiel hat mich nicht gelassen, deswegen wird es nur eine Deathmatch-Karte. Tja, mal gucken, wie lange ich überlebe, wenn Leute nicht abgelenkt sind mit Missionszielen und ich tatsächlich nur dadurch leuchten kann und darf. Indem ich wieder ausgebremst werde und in Deckung stehe. Nein. Dadurch nur glänzen kann, oder eben auch nicht, indem ich Leute abschieße. Erstmal bringen wieder. Also für mich, dass immer nicht Leute abschießen, ist jeder der große Clou, sondern einfach nur nicht sterben. Nicht sterben ist, glaube ich, so das Wichtigste hierbei. Denn jedes Mal, wenn man es halt schafft zu überleben, hat man dem Gegner doch geschafft, einfach mal einen Punkt zu... Äh, wie nett macht man das noch? Nicht verneinen, aber hier, äh, vorzuenthalten. Ja, das war das Wort, was ich gesucht habe, vorzuenthalten. Daneben, Junge. Oh. Das tue ich mir am fiesen Rücken fallen. Mal gucken, ob das funktioniert. Bestimmt nicht, weil irgendeiner, der sich gesehen hat, hat, dass ich runtergekommen bin. Oh, wie ist was? Ich gehe auch hier rum drauf. Haha, hallo, Junge. Oh, scheiße, ist daneben geschwungen? Ja, hier. Oh, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh, hm. Ah. Jetzt töt ich mich selber. Ne, den hab ich noch nicht. Das ist schön. Hier fast überhitzt. Machen wir mal hier gerade stehen, reparieren uns. Ich weiß ja nicht, wo der andere Kollege auf einmal herkam. Ähm. Der ist aber AFK. Der, okay, also das war jetzt ein bisschen fies. Aber, ähm, wenn jemand AFK ist neben mir, dann hab ich hier wie keinerlei Skrupel, den in den Haufen zu schießen. Das Wort, es ist Krieg. Und im Krieg darf ich nicht unbedingt alles machen, aber eigentlich schon. Haha. Also, man darf so weit alles machen, dass das, dass man halt gewinnt, nicht wahr, ne? Also. Ich glaube, ich kick da ganz schrecklich auf die Fresse gerade. Ich glaube, ich will lieber mal schnell ab. Der will auch einfach nur weg. So. Nehme ich jetzt hier. Ich höre schon wieder. Diese Minen hochgehen. Und ihr wisst, was das heißt. Irgendwo ist ein Predator drin und ich weiß. Oh ne, ist unser AFK-Predator. Ist wohl zurückgekommen. Oh. Wie die Leute es immer schaffen, so... ...num Sackhars breite mich mit irgendwas immer zu treffen hier. Es ist manchmal echt schon... ...predator. Oh, was? Was, 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 was schießen da auf mich? Oh. Ja, zwei Leute schießen auf mich. Das ist dann doch mal eine Nummer für zu viel gewesen. Ach, egal. Voll egal. Da muss ich durch. Ist eben wundergesprungen hier. Ich hoffe mal, ja. Schade. Auch nicht. Wenn wir mal hier... ... oben. Ja, oben. Jetzt machen wir mal was Raskanteschen. Reparieren uns wieder rauf. Und davon abgesehen... Ich meine, mich doch sehr zu erinnern, dass man das Reparieren von einem Mech auch hört. Also wenn man in der Nähe von dem steht und die Boxe halbwegs lautgestellt hat. Was ich nie mache. Dann... Oh, jetzt ein... Granate. Treffer. Oh. Yes. Äh. Reparier dich? Nein. Nicht das so. Reparieren. Das habe ich da gerade eben gedrückt. Was ist denn X? X ist gar nichts. Okay. Was sind sie denn hier alle? Bam! Nein, nein, Junge. Du nicht. Du nicht neben Kerze. Äh. Ich meine, ähm. Oh. Da? Bam! Yes. Da bin ich aber echt gut gefallen gerade. Ich meine, hat mit Skill nichts zu tun. Einfach nur... Einfach nur die Schwerkraft. Also diese... Spielprogrammische Schwerkraft hat mir diesen Abschuss gewährt. Oh, warte mal. Hier stehen sie alle wieder aufeinander. Ah, nein, nein, nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein, nein, nein. Da gehen wir lieber weg. Ah, hier... Hier geht's runter. So, bleiben wir mal schon hier. Und, äh... Rappetieren wir uns mal wieder. Wir müssen noch nur aufpassen. Wir müssen noch nur aufpassen und nicht totgeschossen werden. Pfff. Schönes Tor. Nein, nicht... Schön gemacht. Schön und... Nein, äh. Da wollte ich jetzt zu viel. Da wollte ich zu viel. Ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt gekillt habe, den Heim noch wenigstens. Ob die Raketen noch rausging, die ich abrollen wollte. Oder ob das nicht geklappt hat. Aber ist auch egal. Ist voll egal. Weil... Ich will nicht sagen, dass wir jetzt automatisch gewonnen haben, aber... Oh, Mann, hier, der... Der Prey, der mäht aber jetzt gerade alles nieder. Oder wie er jetzt ausgesprochen wird. Oh, wie... Wie ich es geschafft habe, daran vorbeizuschießen. Oh, nein. Geht er noch tot. Geht er noch tot. Yeah. Meine Wache. Gut, dass heute Mesh bald genervt wird. Ähm, Belcher. Schön. Yay. Wir haben uns nicht immer geschafft, genug Leute abzuschießen, damit wir das so gewonnen haben. Das ist schon... Schade. Aber okay. Oah. Jetzt, äh... Immerhin. Bronzemedalle für mich. Immer noch gerade dritter geworden. Schön. Das ist was anderes. The little one. Jetzt bin ich immer noch nicht welchen Mech er meint, aber ist egal. Wir kriegen... Äh... 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 Was hinkriegen. Weißt du was? Ich lasse es sogar laufen. Hm. Ne? Ich lasse es einfach laufen. Vielleicht muss ich zwei Videos jetzt daraus machen. Bevor ich sonst nämlich tagelang hochlade. Aber ich mach das... Ich nehme jetzt mal weiter auf. Ich nehme einfach weiter auf und lasse es... Was... Was... Was machen wir jetzt hier überhaupt? Ob, ob, ob... Also alle A-Klasse Mechs sollen genervt werden? Okay. Man überlegt. A, B, C. Das sind A, die kleinen Schisser. Hm. Wobei, ich hab schon gesehen, wie die teilweise ausweichen. Da ist ja... Da ist ja... Da wird einem schon übel. Da wird manchmal einem übel, muss man sagen. Auf der anderen Seite wiederum... Äh... Es ist das einzig, was die machen können. Ich mein, irgendwo... Irgendwo müssen sie ja leben können, die Mechs. Die A-Klasse Mechs. Wenn das... Ich mein, so wie er hier. Ne? Ich mein, er ist... Glaube ich... Oder SA... Was? Alpha Strike, Three Rockets to the Face. Warte mal. Wenn wir drei Raketen auf ihn Mechs abfolgen, die alle drei ankommen, dann ist der Sursus relativ gut hinüber. Wovon reden die eigentlich hier? Ach, jetzt... Okay, jetzt, jetzt... Jetzt hab ich's. Die Idee, dass es hier die Heat kennen, die Rakete halt und eine Granate gleichzeitig ineinander aufschlagen. Damit kann man einen One-Shotten. Ja, genau. Aber dann kann der auch wirklich nichts mehr machen. Wenn es ein... Wenn es so einer wie er hier ist zum Beispiel. So ein fieser Scout. Ich mein, dann macht er ja auch erstmal nix. Ich mein, das ist eine Rakete, Heat kennen. Hm? Ich mein, wie viele Granaten hat er dabei? Ich mein... Wenn ich jetzt... Wenn ich mir überlege, hier die kleinen Schisser, wenn... Wenn da mal eine Rakete und ein normaler Schuss salbe, die trifft, sind sie auch direkt tot. Ich mein, äh... Aber ist immer schwer. Ist immer sehr schwer, so ein Spiel zu balanceen, finde ich. Weil entweder macht man die kleinen so schnell, dass da keiner trifft. Und es gibt genug Spieler, die damit umgehen können, dass es genauso aussieht. Oder aber... Man macht die Schweren so tough, dass man sich einen Wolf schießen kann auf die. Wobei... Da waren wir mal. Für die Leute, die ich noch erinnern können. Damals... Damals. Vor ein paar Jahren. Also wo das Spiel noch wirklich in der Alpha slash Beta war. Ich sag jetzt nicht, dass das nicht immer noch der Fall ist. Mehr oder weniger. Aber ich mein, da wo noch wirklich schon nicht alles so in Stein gemeißelt war. Das mit den ganzen... Oh, ich hätte ja sagen müssen. Ah, gut schon.